Drei erste Seiten aus Montagsmenschen von Milena Moser Nevada Sie stand im Hund und sie fiel auf die Schnauze. Hinabschauender Hund, gähnender Hund, totgeschossener Hund. Als Kind hatte sie einmal ein Bild gesehen in einer Zeitschrift. Ein versehentlich getroffener Jagdhund. Er lag auf der Seite, dunkles Blut auf dem nassen Herbstlaub, unter ihm wie eine Decke. Die Vorderpfoten waren angewinkelt, eng an den Körper gezogen und nach innen gekrümmt, als versuchte er zu beten. Hier lag sie nun, Nevada, die Schneebedeckte, auf der abgewetzten blauen Yogamatte, die ihr Zuhause war. Ihre Nase drückte gegen den weichen Kunststoff, das Blau flimmerte vor ihren Augen, sie schloss sie. Endlich schlafen, dachte sie, einfach liegen bleiben, nie mehr aufstehen. Seit Wochen quälte sie diese Schwere, als hätte sich die Erdanziehungskraft vervielfacht. Sie konnte kaum die Arme heben, den Kopf aufrecht halten. Jede Bewegung kostete sie Kraft, die sie nicht mehr hatte. Seit einigen Wochen wachte sie außerdem jeden Morgen auf, wie der tote Jagdhund auf dem Bild. Die Handgelenke nach innen geknickt, die Finger gegen die Handflächen gezogen, wie von einem Gummiband im Innern der Arme. Das Band war zu kurz, es spannte, es juckte. Manchmal zog es plötzlich an, im nächsten Moment war es überdehnt und ihre Finger schlackerten. Der Schmerz war als solcher kaum zu erkennen, ein unterirdisches Summen, aushaltbar, aber konstant. Manchmal flammte ein Jucken auf, das sich zum Stechen steigern konnte. Elektrische Leitungen spannten sich zu den Ellbogen hinauf, den Schultern. Ein Surren, Summen, etwas wie Zahnweh, nur eben in den Händen. Sie ertappte sich immer öfter dabei, wie sie die Hände rang. Wie die Mutter Gottes, dachte sie, und dann, wo kommt das bloß her? Betete sie nicht seit zehn Jahren vor den Altaren hinduistischer Gottheiten? Mit einer Hand umfasste sie ihr Handgelenk und presste es sanft zusammen, als ließen sich die Nervenenden zurückdämmen. Als ließe sich der Schmerz ins Innere des Körpers zurückdrängen, dorthin, wo er wohnte, dorthin, wo er schlief. Nevada war 36 Jahre alt und Yogalehrerin. Sie stand jeden Morgen um fünf Uhr auf und übte zwei Stunden lang für sich. Sie unterrichtete jeden Tag, manchmal zweimal. Nevada war 36 Jahre alt und Yogalehrerin. Sie stand jeden Morgen um fünf Uhr auf und übte zwei Stunden lang für sich. Sie unterrichtete jeden Tag, manchmal zweimal. Sie aß seit 20 Jahren kein Fleisch mehr, sie spülte sich die Nasenlöcher mit Salzwasser aus, sie konnte die Füße im Nacken verschränken, während sie auf den Händen balancierte, sie konnte ihren großen Bauchmuskel hervortreten und rotieren lassen wie einen Quirl. Sie war so gesund, wie ein Mensch nur sein konnte. Als Kind hatte sie Ballett getanzt, sie wusste, was sie ihrem Körper abverlangen konnte. Nevada übte noch härter, noch länger. Die Handgelenke kräftigen, dachte sie, und baute Chaturanga Dandasana, die Yoga-Liegestütze, ein, wo sie nur konnte. Der Schmerz wurde stärker. Sie rieb sich die Handgelenke, zog die Pulloverärmel bis über die Fingerspitzen. Dann kroch der Schmerz in die Schulter und sie dachte, das sei ein gutes Zeichen. Etwas löst sich, dachte sie, wenn sie nur nicht so müde wäre. Sie wickelte elastische Binden um die Handgelenke. Dann konnte sie deren Druck nicht ertragen und riss sie wieder hinunter. Sie musste ihre Ringe abstreifen. Der dünne, rote Faden, den sie seit ihrem letzten Meditationsretreat umgebunden trug, schien mitten in der Nacht Feuer zu fangen und sich in ihrer Haut zu brennen. Sie biss ihn mit den Zähnen durch wie ein gefangenes Tier seine Fesseln. Doch ihre Fesseln lagen tiefer, unter der Haut. Sie kam nicht an sie heran. Danach hatte sie lange wachgelegen, die Hände zwischen den Brüsten versorgt und sich gefragt, was es wohl für karmische Konsequenzen haben würde, dass sie den von ihrem Meditationslehrer gesegneten Faden durchgebissen hatte. Ob sie ihn anrufen, um einen neuen Faden bitten konnte? War der Schmerz bereits die Strafe? Wenn ja, wofür? Der Faden war mit einem Wunsch verbunden gewesen, der in Erfüllung gehen sollte, wenn der Faden sich auflöst. Das hatte sie jetzt wohl verhindert. An ihren Wunsch konnte sie sich ohnehin nicht mehr erinnern. Etwas Ungefähres vermutlich wie Klarheit. Jetzt hatte sie nur noch einen Wunsch und der war klar. Aufhören! Es soll aufhören! Die Stunde am Montagabend war eine ihrer Liebsten. Sie kannte die meisten ihrer Schüler schon länger. Lakshmi, die er das Yoga-Studio am Wasser gehörte, fand, sie unterrichte zu viel. Du dominierst das Studio, hatte sie gesagt. Lass doch auch mal die jüngeren Lehrerinnen ran.